Wir sind genauso so wie vorher. Es geht wieder weiter. Voller Raten gegen Bayern. 1-4. Naja, okay. Wir haben in der ersten Halbzeit ein Gartenzusteck. Das Spiel ist ja vom HSV. Der HSV hat mitgehalten. Für Mannenbücher, für zu offensiv. Aber okay. Naja, und dann haben wir eben Tribut gezeugt. Aber wichtig war jetzt nach dem Spiel. Denn unsere Tribut-Geräber, die haben verloren. Und wir sind genauso so wie vorher. Es geht wieder weiter. Wir stehen wieder da, wo wir am Anfang des Spiels waren. Nur der HSV. Und jetzt geht's nach Mainz. Aus dem Team! Aus dem Team! Aus dem Team! Aus dem Team! Und dann müssen wir folgen. Nur der HSV. Wir sind am Spielen. 3-0 in Mainz und alles stimmt gut. Wir sind kauf. Im Spiel sind wir noch, aber es hängt auch ein bisschen an den Gegner. Aber wir können es halt aus eigener Kraft schaffen. Und darum gehe ich. Also. Und dann geht's los. Der Krieger! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Achso. Hab ich ja ganz vergessen. Aber wir können uns auch. Nur der HSV. HSV Reporter. Jäufe. relevat mir. also gibt es noch einen vorهم Er STEM- Und wir können uns auch בס ist. Untertitelung des ZDF, 2020